Auch der Komiker, Entertainer und Moderator Oliver Pocher nimmt Abschied von der großen TV-Legende Hans Meiser. Was viele nicht wissen, der verstorbene Moderator ist quasi der Entdecker von Pocher. Meiser war es, der 1999 Pocher in seiner Fernsehsendung auswählte und ihn damit ein einwöchiges Praktikum beim ehemaligen Musiksender Viva, in der Show interaktiv ermöglichte. Pocher erhielt anschließend eine Festanstellung und startete seine Karriere. Jetzt erinnert sich Pocher auf seinem offiziellen Instagram-Account an die entscheidenden Situationen mit Meiser. Wie ich heute erfahren musste ist Hans Meiser verstorben. Er und seine Sendung seien für ihn der absolute Wendepunkt in seinem Leben gewesen. Ohne den Kult-Moderator und seinem Team wäre er selbst nie bei Viva gelandet und hätte nie seinen Traumberuf starten können. Dazu teilte er ein Bild von sich und Meiser aus der damaligen Sendung. Weiter schrieb er in seinem Beitrag. Dafür bin ich Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden. Er wünsche seiner Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit. Hans Meiser starb im Alter von 77 Jahren überraschend an Herzversagen. Er gilt bis heute als Fernsehikone, Mann der ersten Stunde des Privatfernsehens und als Wegbereiter der Talkshow-Formate in den 90er Jahren. Nach seinem Wechsel zu RTL Plus in den 80er Jahren, war Meiser zunächst Enkerman der dortigen Nachrichtensendungen. 1992 startete er mit seiner Talkshow Hans Meiser, erst 2000 wurde die Show eingestellt.